Okay, willkommen zurück, also, ich sag zu euch, willkommen zurück, ne, also, nicht falsch verstehen, bitte. Ähm, ja, und für die ganz Schlauen unter uns, sag ich mal, falls es euch auch gefallen ist, ich habe, also eher Raben-Ong, ich habe Rippo, also, Chorus-Send oder Chorus-Kant oder, keine Ahnung, ja, Michael labert wieder da rein, ähm, äh, dass ich nicht, äh, Geonosis ausgewählt habe, sondern, äh, also, äh, dass jetzt eigentlich noch galaktische Bürgerkriege kommen müssten, aber ich habe gerade die Map einfach so eingeschaltet, weil ich ja gekackt habe, äh, gekackt, gekackt, sag ich mal, in der Mehrzahl oder so, äh, weiß jetzt auch nicht, Ähm, ja, ähm, warte, ich, ja, du lenkst mich ab beim Komma, was, hä, Hacker, okay, es sind Bots, aber das war ein Hacker, das war ein Hacker-Bot, ein verkackter Bot, irgendwie so, den kill ich jetzt, ja, niemand überlebt, ähm, also, wo war ich stehen geblieben, ach so, ja, äh, vergessen, äh, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, ja, 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 nein, nicht mit Hacker, das stört, du, du machst mir Angst, du, Oh mein Gott, Kinetic Spider oder sowas, äh, hey, das sind Lacking-Bots oder so, naja, Ich hab ja gesagt, dass irgendwer wahrscheinlich, wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte, irgend so ein Schlaukopf oder so, so ein, so ein kleiner Typi, so eine kleine Franze oder so, jetzt geschrieben hätte, Hä, du hast doch eigentlich Connorsant auf, äh, zwei Maps, also, äh, auf zwei Bürgerkriegen, sag ich mal, oder auf zwei, äh, verschiedene Fraktionsarten, bla bla bla, äh, Epochen, ja, Epochen, das trifft es gut, äh, gezockt, und, ja, eigentlich, was interessiert euch das, jetzt mal ehrlich, ich darf hier irgendwo einen Scheiß und, ja, äh, äh, what the fuck sag ich, nein, das tun sie eben nicht, sie genießen es nicht, ha, 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 ich liebe es, äh, also, jetzt bist du dran, äh, ja, du bist gefragt, lieber, Anschauer meines Videos oder so, äh, hast du wohl kein Bock auf Schule, guck meine Videos an und ja, okay, ja, wenn ihr ein nettes Kommentar, generell, mir sind die Abos immer nicht so wichtig, eher, dass so das Video kommentiert wird auf, also auf normale Weise eben, dass, wenn ich jetzt, was, scheiß drauf einfach, ich zocke jetzt, ähm, oh ja, lala, äh, ich mach euch alle kalt, äh, warte, wie, ah, eh, ach so, scheiße, boah, ich bin, früher war ich so gut in dem Spiel und jetzt, naja, ich weiß nicht, naja, ich würde euch gerne mal was fragen, ja, ich frage gerne, ähm, äh, so eine kleine Umfrage oder so, also ich hab, glaub ich, auch, ja, ich hab auf meinem Kanal gepostet, ob ich vielleicht das Video so, Klaus allein zu Hause oder so, frag mich nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin, wahrscheinlich irgendwas mit der Wochenschau oder so, das, ähm, hab ich dann ja mal gemacht, bla bla bla, und dann, also etc., und dann kam da irgend so ein Scheiß, dass das in deinem Land nicht verfügbar ist oder sowas, glaub, das ist jetzt immer noch so, und dass ich anbieten würde, das nochmal neu hochzuladen, äh, falls irgendwer das möchte oder so, ich kann's auch rauslassen, also ich kann's auch ganz sein lassen, ähm, und ja, ähm, wenn ihr, wenn ihr's einfach wollt, kann ich's machen, und ja, ähm, ich müsste gerne mit euch reden, ähm, okay, das tue ich schon, aber, ich möchte, ich möchte immer noch reden, ich zocke und rede mit euch, ich hoffe, das ist okay, ja, ich rede zu euch, genau, lalalala, also, ach, du Kacke, Mann, macht der Freak 60 mit nem Geschütz oder was ist los, okay, 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 ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber irgendwie, ach ja, mein Mikro, genau, Themawechsel, mein Mikro ist der Brasse vor dem Arsch, meine Webcam ist, also, wenn ich mit der spreche, höre ich mich ganz anders an, also, ist noch länger her, als ich den Lego, also, nicht Lego-Scheiß, um Gott zufrieden, nein, Lego ist cool, ne, nicht, dass ich euch damit irgendwie beleidige, weil das will ich jetzt gar nicht, ihr seid alle meine Freunde, außer Hater, außer Hater, äh, na, ja, das bezieht sich so gesagt auf Hater, ja, äh, aber, Lego ist ganz konkret gechillt und so, äh, es gibt 24-Jährige, die mit Lego spielen, es gibt Leute, die spielen gerne Minecraft, ja, ich spiel ein bisschen gerne Minecraft, so wie Gronkh, gegen Gronkh will ich jetzt keine Beleidigung, irgendwie, äh, bla 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 bla, ähm, ich bin sehr unkonzentriert beim Zocken, ja, ja, früher habe ich das ja gemacht, sehr gerne, wirklich sehr gerne, ich habe es mit Leidenschaft gemacht, äh, aber ich war schon dann ein bisschen traurig, als, ähm, jeder irgendein Mist geschrieben hat oder so, also, jeder macht, also, kein Mensch ist perfekt, ne, aber, dass man nur so einen Scheiß schreibt, das, äh, okay, ich weiß nicht, ob meine Videos gut waren oder schlecht, also, ich finde sie eigentlich so, ja, so ganz normal, und, na, it's is, also, das ist mein Kumpel, mein Kumpel, ja, ich kämpfe noch um mein Leben, und dann bin ich neu gesporned, also ist mir mein Leben scheißegal, ähm, mit Leidenschaft kämpfe ich immer, deswegen benutze ich, falls ich mal Kopfschmerzen hab, Parazitamol, 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 Schleichwerbung für Parazitamol, jetzt noch einmal bestellt, lalalalalalalala, ich bin, äh, Houston von den Klon-Commandern, bla 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 bla, Justin Bieber, ja, das geht an dich, ähm, äh, ich mache Schleichwerbung, für Mace Windows Allianz, oder was, ich bin nicht mehr sehr erfahren, also bitte, und lass mich einmal ein bisschen freaky sein, ähm, den hab ich voll erwischt, du scheiß Fliege, ähm, komm her, das ist dafür, dass du mir auf den Kopf geschissen hast, zack, voll ins Wein, ja, ähm, ach, toll, jetzt ruft er an, ähm, das passt so gerade überhaupt nicht, ich hoffe, das stört euch jetzt nicht, ich werde natürlich leichtes annehmen, vielleicht cut ich auch, oder so, aber, naja, so sei es, fliegen, und so, die riesen Kakerlake spricht, ähm, weiß man, du, ähm, ja, was können wir denn gerade so machen, ja, ähm, also ich hätte wahrscheinlich, irgendwie habe ich gerade ein, auch ne, also ich hätte schon etwas Interesse, daran wieder so ein Lego Video zu machen, aber ich muss irgendwie meine Teile, also die Teile da, muss ich irgendwie wieder zusammenbasteln, frag mich nicht wie, ne, ganz unerfahren, ich bin mehr so Xbox Live Zocker und sowas, Xbox PS3 mäßig, habe lange nicht mehr was mit Lego gemacht, sorry für die Lags, ähm, und ja, wusch, ähm, ich, äh, ja, kann sein, dass mein Kumpel mich gleich aus dem Spiel holt, also, habt ihr vielleicht irgendeine Idee, was ich überhaupt machen kann, also, beziehungsweise nächster Part, falls einer kommen wird, weil, mir ist so langweilig, ich weiß nicht, was ich bereden soll, ich hoffe, warte, ich habe die Idee, ich habe die Idee, ich rede mit Mike, Mike, ähm, wie kann ich jetzt bauen, ohne dass ich, ach, so, ähm, Mike, erzähl mir mal ein bisschen, vor, was von Star Wars, wie, du es so hältst, ja, ihr könnt ihr nicht hören, haha, ich würde gar nicht alleine hören, ja, hab ich los, äh, boah, noch zwei Einheiten, so, ich mach mal was Lustiges, was es geht so, was, wir haben nur noch zwei, und die haben vier, und nur diese Gammel, die so, oder, George Lucas, ich weiß, du machst geile Filme, et cetera, aber, die Namen, die du gibst, ne, die sind sowas von scheiße, ey, man, kann das sein, dass du die dir bei, gerade beim Kacken ausgedenkt hast, nichts gegen dich, aber ist das so, wenn, ähm, antwortet mir mal bitte, weil, das ist so, 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 kacke eben, ja, okay, nicht kacke, nichts gegen euch, äh, falls euch langweilig ist, klickt das Video weg, schreibt irgendein, kritisieren, also, falls du irgendwelche kritisieren,